Wird Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau. Damit man Kostüme auch mal erleben kann, werden wir uns das jetzt mal anschauen. Und jetzt heißt es Showtime. So, Ladies and Gentlemen, der Catwalk ist verleitet. Wir freuen uns auf Rubies. Das beste Highlight jetzt hier, dass wir jetzt hier Experiment-Szene gesetzt haben, ist Hippie-Festival oder überhaupt das Festival-Thema. Um eben auch hier zu zeigen, man kann das natürlich sehr gut zum Karneval tragen, aber es ist auch sehr geeignet für die Festivals, die unterjährig stattfinden. Deadpool ist ein großes Thema für die Jungs natürlich. Also auch die Lady Deadpool haben wir jetzt hier gesehen, aber das ist insbesondere ein Thema, was die Jungs gerne mitnehmen und in die Rolle dann eben von Deadpool auch reinschlüpfen. Was wir in der Showtime sehen, ist auch Joffrika, unser Schminkmodel. Wir haben eine Profi-Visagistin hier, die mit unserer Joffrika-Schminke ein derart aufwendiges Make-up hat dann hinkriegt. In diesem Fall ist es der Kaktus. Der ist so extrem gut geschminkt mit ganz viel Kritzer und Glimmer dran, aber auch mit unserer Abba-Schminke quer durch das Joffrika-Sortiment. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Wurde Ihnen präsentiert von Messebauer.com Wir machen Messebau.